Um gesellschaftliche Werte zu schaffen, um insbesondere jetzt auch diesen doch anspruchsvollen Weg in Richtung Klimaneutralität, Dekarbonisierung nicht nur unserer Wirtschaft, sondern auch unserer Lebensweisen hinzubekommen, ist Arbeit eigentlich das Zentrum von Veränderung. Das sagt Rainer Hoffmann. Vielen von euch ist er sicher noch bekannt als Chef des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Heute ist er Vorsitzender des Rates für nachhaltige Entwicklung. Und Rainer Hoffmann sagt uns in dieser Gradmesser-Folge, welche Jobs in Zukunft noch wichtiger werden, warum wir eine grüne und eine soziale Transformation brauchen und wo unser Bundeskanzler deutlicher werden sollte. Der Gradmesser ist der Klimapodcast des Tagesspiegels. Ich bin Ruth Ziesinger und ich wünsche euch viel Spaß. Vielleicht geht es euch ähnlich. Wir hören ja immer wieder Zahlen wie die ökologische Transformation, also die Umstrukturierung unserer Wirtschaft hin zu Klimaneutralität, mehr Umweltschutz und Kreislaufwirtschaft, wie diese Transformation ganz viele neue Jobs bringen wird. Und mir stellen sich dann da immer gleich ganz viele Fragen zum Beispiel. Was für neue Jobs kommen denn da? Und welche fallen weg? Was muss ich dafür eventuell ganz neu lernen? Vielleicht beschäftigt euch das ja auch. Vielleicht denkt ihr gerade über einen Jobwechsel nach oder ihr fragt euch, welche Ausbildung oder welches Studium für eure Zukunft sinnvoll wäre. In jedem Fall, wir kommen an der großen Frage nicht vorbei, nämlich was bedeutet die ökologische Transformation für unsere Arbeit und wie kriegen wir sie gut hin? Und ich freue mich sehr, dass Rainer Hoffmann jetzt im Gradmesser darüber spricht, wie das gehen kann. Denn kaum jemand beschäftigt sich wie er schon seit Jahren so intensiv damit, wie unsere Arbeitswelt und Klima- und Umweltschutz zusammenfinden können. Rainer Hoffmann war unter anderem viele Jahre Chef des Deutschen Gewerkschaftsbundes, des DGB. Und seit gut einem Jahr ist er Vorsitzender des Rates für nachhaltige Entwicklung, ein Gremium, das ganz offiziell die Bundesregierung berät. Herr Hoffmann, schön, dass Sie da sind. Einen wunderschönen guten Tag. Herr Hoffmann, warum ist Arbeit wichtig für uns? Mal ganz abgesehen davon, dass wir Geld verdienen müssen. Arbeit ist eben mehr als nur Broterwerb, sondern Arbeit hat eine wahnsinnig hohe soziale Funktion. Mein Vater war Maurer. Es war ein total anstrengender Job. Aber trotzdem gab es eine hohe Identifikation mit dem Geleisteten, wenn ein Haus fertig gebaut wurde oder renoviert wurde. Da sah man das Produkt, man war stolz darauf. Das heißt, die Funktion von Arbeit ist eben mehr als nur Geld verdienst, sondern eben auch ganz viel Identität, Identifikation und die soziale Dimension der Menschen, wenn sie miteinander interagieren. An sinnvollen Produkten arbeiten. Das ist gerade bei der Transformation in Richtung Klimaneutralität, Biodiversität außerordentlich wichtig. Gerade für junge Menschen, die viel stärker nicht nur nach dem, wie sie arbeiten, fragen, sondern auch, wofür sie arbeiten. Also, dass das, was sie erschaffen in unterschiedlichsten Berufen am Ende auch sinnstiftend für die Gesellschaft ist. Ja, also bei der sozial-ökologischen Transformation können Sie sich denken, da will ich ja drauf hinaus, da möchte ich jetzt gleich einhaken. Ich versuche nur nochmal die Frage auch umzudrehen. Warum ist denn Arbeit wichtig dafür, dass die sozial-ökologische Transformation gelingt? Wenn wir über Arbeit sprechen, glaube ich, dass Erwerbsarbeit für unsere Gesellschaft auch in den nächsten Jahrzehnten wirklich bestimmend sein wird, jenseits des Broterwerbs, um gesellschaftliche Werte zu schaffen, um insbesondere jetzt auch diesen doch anspruchsvollen Weg in Richtung Klimaneutralität, Dekarbonisierung nicht nur unserer Wirtschaft, sondern auch unserer Lebensweisen hinzubekommen, ist Arbeit eigentlich das Zentrum von Veränderung. Arbeit ist auch ein sozialer Ort, wo eben Menschen interagieren und gemeinsam auch in Richtung Veränderung neue Produkte, neue Dienstleistungen tätig sind, in dem neue Technologien angewandt werden, in dem man auch ständig sich weiterbildet, Kompetenzen entwickelt, die dann auch wiederum identitätsstiftend sind und Arbeit im besten Fall darf auch gerne Spaß machen. Das hoffen wir doch. Habe ich das so richtig verstanden, dass Arbeit quasi auch der Ort ist, wo wir so richtig verstehen, was die Transformation bedeutet und warum wir sie machen? Oder im besten Fall der Ort sein kann? Aber selbstverständlich, das merken die Menschen natürlich sehr stark in den Betrieben, aber auch in den Verwaltungen oder aber auch im Dienstleistungsbereich, wo die Veränderung für sie sehr praktisch wird. Und häufig ist damit verbunden natürlich die Sorge, dass gerade vor dem Hintergrund des rasanten Einsatzes neuer Technologien ihr Arbeitsplatz gefährdet ist. Und da ist es, glaube ich, ganz wichtig zu zeigen, dass wir Perspektiven aufbauen können, aber nicht mehr in dem Sinne, wie das vielleicht noch in den 50er, 60er Jahren der Fall war. Man hat eine Berufsausbildung gemacht und ist dann mehr oder weniger die gesamte Erwerbsbiografie in einem Beruf, möglicherweise in einem Unternehmen tätig gewesen. Das hat sich sehr verändert. Also Menschen müssen sich auch darauf einstellen, dass sie ihre Qualifikationen weiterentwickeln, dass Berufsbilder sich verändern, dass es auch Jobwechsel geben wird, die aber eben auch Sicherheit bedeuten für die Menschen und am Ende des Tages natürlich auch mit gutem Einkommen und guten Arbeitsbedingungen verbunden ist. Ja, Sie als Rat für nachhaltige Entwicklung, ich nehme Sie jetzt mal so als den Rat, Sie gehen davon aus, dass bis zum Jahr 2040, dass dann durch die Transformation etwa in Deutschland 5,3 Millionen Arbeitsplätze wegfallen werden und im selben Zeitraum aber, das ist die Annahme, wird es etwa 3,6 Millionen neue Arbeitsplätze geben und ich stelle mich jetzt mal naiv und sage, insgesamt geht ja die Zahl an Menschen, die überhaupt dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stellen, sowieso stark zurück. Wir kommen also quasi bei einer schwarzen Null raus. Aber das ist wahrscheinlich ein bisschen so einfach gedacht, oder? Idealtypisch, klar kommen wir über einer schwarzen Null raus. Nur wir wissen halt nicht, wenn wir gerade in dem Prozess des Ausstiegs aus der Braunkohle erleben, dass Menschen ihren Arbeitsplatz in den nächsten Jahren verlieren werden, aber nicht unbedingt heute sicher ist, wo wird dann in drei, vier, fünf, sechs Jahren ein neuer Arbeitsplatz entstehen, wo ich ähnlich gut verdiene, ähnlich gute Arbeitsbedingungen habe. Und diese Brücken zu bauen ist extrem anspruchsvoll, zumal wir hier auch regionale Verschiebungen haben. Es ist nicht immer zwingend, dass beispielsweise in der Lausitz dann auch so viele neue Arbeitsplätze entstehen, dass die Menschen auch dort vor Ort Perspektiven haben, sondern da ist auch immer wieder die Frage der regionalen Mobilität angesprochen. Und das muss attraktiv sein für Menschen. Wir haben ja doch reichlich Transformationserfahrungen in Deutschland. Der Unterschied zu heute ist, dass es früher einzelne Branchen, einzelne Sektoren betroffen hat. Also klassisches Beispiel das Ruhrgebiet. Eine starke Montan- Da kommen Sie ja auch her, ne? Ja, nicht ganz. Bergisches Land, das ist natürlich das Ruhrgebiet, Huppertal, meine Heimatstadt. Aber wir haben dort erlebt, das sind langwierige Prozesse über Jahrzehnte. Und das Ruhrgebiet, wie wir es in den 50er oder 60er Jahren gekannt haben, ist heute komplett anders. Wir haben halt einen deutlichen Rückgang im Stahlbereich. Aus der Steinkohle sind wir komplett ausgestiegen. Das waren früher die Jobmotoren in der Region gewesen. Und wir haben viele Neuansiedlungen, neue Branchen, häufig auch nicht mehr in der industriellen Produktion, sondern häufig im Dienstleistungsbereich. Und es entstehen immer wieder neue Beschäftigungsfelder. Und das ist eine Erfahrung, die wir, glaube ich, in den letzten 80, 90 Jahren gemacht haben, dass, man erinnert sich noch immer an den Titel, dass Computer neue Technologien uns arbeitslos machen. Das ist in Summe falsch gewesen. Es sind Beschäftigungsfelder verloren gegangen, aber es sind neue entstanden. Und ein Schlüssel ist bei diesen Veränderungen immer ganz zentral, dass wir die Menschen bilden, dass sie gut qualifiziert sind und dass sie im Prozess von Veränderungen denn sich auch auf neue Tätigkeiten vorbereiten können. Und da haben wir leider, da legen wir den Finger in die Wunde, erhebliche Defizite in Deutschland, was unser Bildungswesen betrifft. Welche Jobs fallen denn weg, perspektivisch? Nehmen wir das Beispiel der Automobilindustrie, da wissen wir es sehr genau. Die Automobilindustrie wird beim Umstieg vom Verbrenner auf Elektromobilität roundabout 250.000, 300.000 Arbeitsplätze verlieren. Zugleich erleben wir, dass gerade Deutschland als ein Land mit einer ausgeprägten Industriestruktur, insbesondere mit einem sehr dominanten Mittelstand, vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen, beispielsweise im Bereich des Maschinenbaus, also Weltmarktführer sind. Und wenn ich mir die Entwicklung in der Umwelttechnologie anschaue, da entstehen natürlich völlig neue Beschäftigungsfelder und daraufhin müssen wir Menschen denn orientieren, qualifizieren, weil es werden neue Bedarfe entstehen auf dem Weg zur Klimaneutralität. Das ist nicht nur ein technischer Prozess, aber natürlich spielt auch Technik im Bereich der Industrie eine große Rolle, im Bereich der Solarindustrie, im Bereich der Windindustrie entstehen völlig neue Tätigkeitsfelder. Oder wenn es um den Bereich der Gebäudesanierung geht, wenn es um die Frage unserer Wärmesysteme geht, also raus aus der fossilen Wärmeerzeugung hin zu regenerativen Wärmeerzeugung. Wenn ich mir anschaue, dass wir heute über unsere App die Heizung, unsere Beleuchtung in den Wohnungen steuern können, wenn ich weiß, ich komme erst in vier, fünf Stunden wieder nach Hause, dahinter stehen natürlich auch neue Produkte. Und die müssen natürlich auch produziert werden. Und wenn ich mir jetzt das Beispiel E-Mobilität anschaue, da hat die deutsche Autoindustrie leider viel verpennt, zu lange auf dem Verbrenner gesetzt. Die Chinesen überholen uns mit einer rasanten Geschwindigkeit und das darf uns in anderen Technologien bitte nicht nochmal passieren, damit eben keine Arbeitslosigkeit entsteht, sondern dass wir eben Chancen, Perspektiven haben mit neuen Jobs, die den Menschen auch gerne Spaß machen dürfen. Jetzt haben Sie von der Automobilindustrie gesprochen. Vielleicht gucken wir uns das noch ein bisschen genauer an. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Ingenieurin bei Audi habe, die auf den Verbrennermotor spezialisiert war, jetzt geht es darum, dass man auf E-Mobilität setzt, auf Digitalisierung. Was macht so jemand dann? Also da sind ja ganz neue Qualifikationen notwendig, ganz neue Anforderungen. Gibt es denn da tatsächlich die Möglichkeit, dass man über Fort, über Weiterbildung, dann entweder sich diese Qualifikation aneignet oder einen anderen guten Job hat? Es geht in beide Richtungen. Und gerade in den großen Betrieben haben wir natürlich auch die Stärke, dass wir dort sowas wie Mitbestimmung haben. Das heißt, in den Betrieben haben wir Betriebsräte, die haben ein großes Interesse an der Zukunftsfähigkeit ihres Unternehmens. Und wir haben angefangen mit den Betriebsräten in vielen Branchen, beispielsweise in der chemischen Industrie, aber auch in der Metallindustrie, sogenannte Qualifikations- und Demografieanalysen zu machen. Wir sind eine älter werdende Gesellschaft und darauf müssen sich Unternehmen einstellen. Stichwort Fachkräftemangel, was wir heute schon in doch erheblichem Umfang haben, nicht nur in der Industrie, sondern auch gerade in unseren öffentlichen Verwaltungen, wo in den nächsten zehn Jahren bis zu einem Drittel der dort tätigen Menschen in den Ruhestand gehen werden. Das ist in der Industrie nicht viel anders. Das kann man antizipieren, das kann man planen. Und dass eine Ingenieurin, die für den Verbrenner zuständig war oder daran gearbeitet und geforscht hat, dann aufgrund auch von Weiterbildung in neue Technologien reingehen kann. Auch das ist kein Hexenwerk, wenn die Unternehmen es wollen und wenn sie es machen. Und dann haben wir natürlich das Problem, dass wir nicht nur immer aus der Perspektive von Großbetrieben her denken können, sondern wir haben natürlich, und das ist das Rückgrat unserer Wirtschaft, mindestens zwei Drittel der Beschäftigten, die eben in kleineren und mittleren Unternehmen tätig sind, die das alleine nicht schaffen können. Hier sagen wir, brauchen wir regionale Verbünde, wo unternehmens-, im Zweifelsfall aber auch branchenübergreifend mit den Industrie- und Handelskammern, mit den Handwerkskammern geschaut wird. Welche Potenziale haben wir in dieser Region? Wie werden wir uns in den nächsten zehn Jahren entwickeln? Und was können wir gemeinsam machen? Wir haben solche Projekte, um es mit einem praktischen Beispiel zu unterlegen, im Rheinischen Revier gemacht, also eines der großen Braunkohlereviere in Deutschland, auch im Länderdreieck, zusammen mit Belgien und den Niederlanden und versuchen da sozusagen regionale Wirtschaftsentwicklung zu antizipieren und gemeinsam dann danach zu schauen, welche Chancen, welche Potenziale haben wir und was heißt das für die Menschen, wohin müssen wir sie qualifizieren? Das alles gibt es nicht zum Nulltarif und da haben wir halt immer wieder auch einen Interessenkonflikt. Ja, das ist wahrscheinlich so das Grundproblem, dass die Transformation zum einen erstmal kostet und zum anderen ja auch sehr, sehr gut ist für die Allgemeinheit, aber so der Erlös oder der direkte, konkrete Gewinn für ein Unternehmen gar nicht so sofort sichtbar wird. Doch, also ich denke schon, dass auch die Perspektiven für ein Unternehmen schon sichtbar werden, können aber dahinter stehen und das haben wir auch als Rat ganz deutlich adressiert. Wir haben sowohl Zielkonflikte, die darf man nicht ignorieren, das spüren die Menschen auch und mit diesen Zielkonflikten verbunden sind natürlich häufig auch Verteilungskonflikte und diese Verteilungskonflikte müssen gelöst werden. Das heißt, die Unternehmen müssen investieren in ihre Zukunft, das heißt aber auch investieren in ihr Personal. Das sind eben nicht nur Kosten, wenn es um Weiterbildung geht, sondern das sind auch Investitionen in die Zukunft für die Unternehmen. Und wir brauchen die richtigen Rahmenbedingungen, das heißt wir brauchen entsprechende öffentliche Infrastruktur. Und der Zustand unserer öffentlichen Infrastruktur ist für eine der reichsten Volkswirtschaften doch relativ erbärmlich. Wir wissen, dass wir in Milliardenhöhe Nachholbedarf haben, wenn es um die Ertüchtigung unserer Infrastrukturen geht. Also beispielsweise Verkehrswege, Schienen, Wasserwege, wenn es um Bildung, Forschung und Innovationen geht. Und da stehen wir uns ein bisschen selber im Wege und da wissen wir auch als Rat, dass es Reformbedarf gibt, dass die öffentlichen Investitionen wichtig sind, um den Menschen zu zeigen, der Weg hin in ein klimaneutrales Wirtschaften, den können wir gemeinsam schaffen. Aber wir müssen auch die Unternehmen befähigen und dazu gehören öffentliche Infrastrukturen. Das sind die Lebensadern unserer Wirtschaft. Und wenn wir da am falschen Ende sparen, und das machen wir leider zurzeit, dann sind die Kosten in Zukunft um ein Vielfaches höher. Also ich interpretiere das jetzt mal als Appell, die Schuldenbremse zu reformieren. Ich würde gerne bei der Arbeitgeber- bzw. Wirtschaftsseite bleiben. Sie haben ja im Rat auch Kolleginnen, Tanja Gönner vom BDI beispielsweise oder auch aus der Kunststoffindustrie. Wie ist denn da die Diskussion? Also wie sehen quasi die VertreterInnen der alten Fossilwirtschaft auch die Notwendigkeit, selbst aktiv zu werden und etwas beizutragen? Also das ist ja der Charme der Zusammensetzung des Rats für nachhaltige Entwicklung. Wir haben VertreterInnen der Industrie, der Wirtschaft dabei. Sie haben Tanja Gönner als Hauptgeschäftsführerin der BDI genannt oder Sauri Dubour, früher Vorstandsmitglied der BASF, heute bei Greiner, einem Kunststoffunternehmen in Österreich tätig. Aber auch Frau Gunda Rössl, Geschäftsführerin eines kommunalen Unternehmens in Dresden zur Wasserwirtschaft. Und da haben wir ganz wenig Dissenzen. Sondern interessant ist, dass wir aus unterschiedlichen Perspektiven kommen, aber immer wieder zu ähnlichen Lösungen kommen. Das merken Sie auch in unseren Empfehlungen an die Bundesregierung. Und zugleich haben wir Vertreter beispielsweise der Naturschutzverbände und natürlich WissenschaftlerInnen. Also WissenschaftlerInnen, die sich nicht nur mit Fragen der Ökonomie, sondern beispielsweise mit Fragen der Biodiversität, der Klimaentwicklung oder von Mooren beschäftigen. Mit diesen doch sehr unterschiedlichen beruflichen Hintergründen, den unterschiedlichen Qualifikationen, Kompetenzen, die damit verbunden sind, gelingt es uns als Rat, denn wirklich jenseits von den klassischen Interessenkonflikten sozusagen parteiübergreifend uns mit den Themen auseinanderzusetzen. Und da sind wir uns einig, dass wir, Sie haben das Thema Schuldenbremse explizit genannt, ich hatte das vorhin etwas charmanter umschrieben, aber wir sind uns darüber einig, dass es hier Reformbedarf gibt. Und wir werden als Rat für nachhaltige Entwicklung im zweiten Halb ja auch der Frage nachgehen, wie wir diesen Reformbedarf konkretisieren können, wie es gelingen kann, dass diese enormen Investitionsbedarfe und da sind gerade die Vertreter der Wirtschaft diejenigen, die zu Recht darauf hinweisen, dass es im Wesentlichen natürlich private Investitionen sind, die getätigt werden müssen. Aber auch dafür brauchen wir die vernünftigen, die richtigen Rahmenbedingungen. Und zu diesen Rahmenbedingungen gehören eben auch öffentliche Infrastrukturen, die müssen finanziert werden und zwar im Kontext eines Mehrgenerationenprojekts. Und das kann man, glaube ich, vergleichen mit der ersten industriellen Revolution. So tiefgrühende Veränderungen mit verbunden sein werden. Und wenn wir das negieren und sagen, naja, uns ist die Schuldenbremse oder sind die Fiskalregeln der Europäischen Union alle viel, viel wichtiger, dann haben wir ein Problem. Kennst du schon Ausregierungskreisen, den Podcast der Bundesregierung? Hier erfährst du, wie man sich die Arbeit der Bundesregierung vorstellen muss. Wir schauen, nein, wir hören in den Maschinenraum. Wie werden Entscheidungen getroffen? Und warum so und nicht anders? Themen, Ereignisse, Termine, Alltägliches. Über all das reden wir in Ausregierungskreisen. Jetzt reinhören, überall da, wo es Podcasts gibt. Ich habe in der Vorbereitung für unser Gespräch mir auch eine Studie von der Hans-Böckler-Stiftung angeguckt. Das ist eine gewerkschaftsnahe Stiftung. Und die haben herausgefunden, dass ein hoher Teil der Beschäftigten sich wirklich darüber bewusst ist, dass etwas passieren muss im Blick auf Klimaschutz, auf Transformation der Wirtschaft und gleichzeitig auch ein wirklich großer Anteil der Beschäftigten auch bereit dafür ist, etwas zu tun. Das ist doch eigentlich erstmal ein unglaublicher Schatz, oder? Absolut. Das ist ein enormer Schatz. Und wir wissen auch aus anderen Studien, dass grundsätzlich 70 Prozent der Bevölkerung sich der Herausforderungen in Richtung Klimaneutralität bewusst ist, dass es eine hohe Priorität hat. Jetzt erleben wir aber, dass Klimaschutz in unserer eigenen Lebenswelt ankommt. Und das ist für Menschen mit hohen, guten Einkommen, die in der Regel einen deutlich höheren CO2-Fußabdruck haben. Wir sind nicht deutlicher zu stimmen, als für Menschen und Familien mit kleinen und milderen Einkommen. Und da sagen wir, dass Nachhaltigkeit und vor allen Dingen nachhaltige Lebensweisen die Menschen sich auch leisten können müssen. Der Umstieg von den Verbrennern zur E-Mobilität ist für einen Arbeitnehmer, eine Arbeitnehmerin, wo es keinen ÖPNV, also keinen öffentlichen Personennahverkehr gibt, den man alternativ nutzen kann, wenig attraktiv. Und wenn ich mir kein E-Fahrzeug kaufen kann, dann wird es noch unattraktiver. Und dann bekommen wir soziale Spaltung. Und deshalb hat sich der Rat das Thema gesellschaftlicher Zusammenhalt als eines von drei Schwerpunkten auch auf die Fahnen geschrieben für die noch kommenden zwei Jahre. Und bei der Böckler-Stiftung, bei der Studie ist eins ganz deutlich geworden, dass auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, dass die Beschäftigten, im Unternehmen, in den Betrieben, ein sehr feines Gespür dafür haben, dass Veränderungen stattfinden und dass Veränderungen auch notwendig sind. Aber die Verunsicherung resultiert denn daher, was bedeutet das für uns im Hinblick auch auf die Zukunftsperspektiven ihrer Tätigkeit? Und da weist die Hans-Böckler-Stiftung auch darauf hin, dass die Bereitschaft der Beschäftigten diesen Weg der Umbau der Wirtschaft und konkret der Umbau ihres eigenen Unternehmens, die Bereitschaft dann besonders hoch ist, wenn sie in Unternehmen arbeiten, wo es Tarifverträge gibt. Wo sie wissen, da werde ich nicht nur besser bezahlt, sondern wir haben deutlich bessere Arbeitsbedingungen. Der Arbeits- und Gesundheitsschutz spielt eine viel stärkere Rolle. Und ein zweiter Aspekt, der in der Studie der Hans-Böckler-Stiftung deutlich herausgearbeitet wurde, ist, dass das alles besser gelingt, wenn es Unternehmen sind, wo wir betriebliche Interessenvertretungen haben. Also Betriebsräte oder in den öffentlichen Verwaltungen Personalräte, wo Menschen sich einbringen können, wo sie eine Stimme haben. Eine Stimme haben, auch wie die Gestaltung im Unternehmen sich vollzieht. Sie sind nach wie vor im Geiste mit dem DGB sehr eng verbunden. Ich glaube, das hat man jetzt auch ein bisschen gehört. Wäre auch komisch, wenn nicht. Ja, das wäre wirklich komisch. Da haben Sie völlig recht. Sie haben ja auch jetzt gerade stark darüber gesprochen, wie wichtig ein Gefühl von Sicherheit und Perspektive für Menschen ist. Das, glaube ich, können wir auch alle komplett nachvollziehen. Was ich eben auch interessant fand, ich bleibe auch noch bei der Studie, ist, dass da eben aber auch rauskam, dass gerade Arbeiter, Industriearbeiter im Vergleich eher weniger bereit zur Veränderung sind. Also, dass quasi die Menschen, wo die Transformation jetzt gerade schon so richtig spürbar ankommt und auch die Ängste höchstwahrscheinlich am größten sind, dass die in die Abwehrhaltung gehen. Wie geht man jetzt damit um? Ja, das ist genau die Herausforderung, dass man den Menschen wirklich Sicherheit bietet. Sie nicht alleine gelassen werden und dass sie im Prozess von Veränderungen auch wissen, A, ich habe auch morgen und übermorgen noch einen Job. Meine Kinder werden auch zukünftig einen Job haben. Und wir werden Jobs haben, die nicht krank machen. Und ich kann ein Positivbeispiel nennen. Wenige Monate, bevor ich als DGB-Vorsitzender ausgeschieden bin, hatte ich die Gelegenheit, eines der größten Stahlhochöfen in Deutschland, in Duisburg bei Thyssenkrupp, zu besichtigen. Die haben sich auf den Weg gemacht, grünen Stahl zu erzeugen. Und dort sind die Beschäftigten sich über diesen Wandel absolut bewusst und fordern geradezu vom Unternehmen die Umstellung der Stahlproduktion von fossilen Energieträgern in Richtung grünem Wasserstoff. Und dass hier Geschäftsleitung und Beschäftigte mit den Betriebsräten am gleichen Strang ziehen zeigt, wie wichtig es ist, dass die Menschen beteiligt werden, einbezogen werden auf der einen Seite, aber auch, dass Unternehmen selber eine Perspektive, eine Idee davon haben muss, wie sie ihren Standort auch in den nächsten 50 Jahren sichern können. Und in den Unternehmen, wo auch von der Unternehmensleitung her diese strategische Orientierung auf Märkte der Zukunft fehlt oder zumindestens defizitär ist, defizitär beispielsweise auch, weil sie nicht ausreichend in Weiterbildung investieren oder ihre Betriebsräte, die Beschäftigten nicht einbeziehen, dass sie keine Chance haben zu antizipieren, was kommt auf sie zu, dann funktioniert es nicht. Dann gibt es soziale Spannungen oder auch soziale Konflikte und die sind nicht produktiv für diesen doch wirklich anstrengenden Weg. Da darf man auch die Situation nicht schönreden, die uns bevorsteht im Hinblick auf die gigantischen Umstrukturierungen, mit denen wir konfrontiert sind. Wir sehen es ja auch im Moment zum Beispiel daran, auch wie auch unter Gewerkschaftsmitgliedern zum Beispiel die AfD auch Zulauf hat und da offensichtlich auch selbst dort die Verunsicherung relativ groß ist, oder? Absolut. Und wir haben uns das seit 2015 wirklich sehr genau angeschaut, auch was das Wahlverhalten von Gewerkschaftsmitgliedern betrifft, sind aber da auch bei Tiefenbohrungen, die wir dann durchgeführt haben, warum wählen die Menschen eine demokratiefeindliche, eine antieuropäische Partei, die auch noch gegen Arbeitnehmerrechte ist. Dass es dort gerade Mitglieder sind von Gewerkschaften in Unternehmen, wo es keinen Tarifvertrag gibt, wo es keine Betriebsräte gibt. Und da ist die Verunsicherung deutlich größer und die Anfälligkeit auf vermeintlich einfache Antworten viel größer. Und deshalb ist es so wichtig, dass Menschen eine gute Perspektive haben mit vernünftigen Arbeitsbedingungen, dass das Thema Bildung, Qualifizierung einen deutlich größeren Stellenwert spielen muss, weil das ist am Ende auch immer wieder eine Stabilisierung unserer Demokratie. Und da, wo Menschen beteiligt werden, ist die Bereitschaft zur Veränderung noch einmal deutlich größer. Aber das ist leider die Erkenntnis, dass wir viel zu viele Unternehmen haben, die von Betriebsräten gar nichts halten und auch Tarifverträge nicht für sinnvoll halten und leider auch in den neuen, vermeintlich grünen Bereichen. Aber es ist eben nicht nur die Ökologie, es ist auch der soziale Zusammenhalt. Ich glaube, nach dem, was Sie jetzt erklärt und beschrieben haben, ist eigentlich ziemlich deutlich, dass diese ganzen Veränderungen ziemlich spürbar sind und uns alle betreffen und dass wir da auch wirklich Bereitschaft mitbringen sollten, auch Spaß vielleicht an der Veränderung, am Andersdenken. Jetzt ist es aber so, dass die Politik, unter anderem auch der Kanzler, eher so tut, als ob diese ganzen notwendigen Veränderungen zwar passieren werden, aber eben so, dass wir das eigentlich gar nicht so richtig spüren. Irritiert Sie das manchmal? Vielleicht mal kürzer. Völlig klar, Zumutungen wird es geben. Unsere Aufgabe wird es sein, die Lasten, die damit verbunden sind, fair zu verteilen. Und der Kanzler, der einen extrem anstrengenden Job macht, in vielen Bereichen beachtlich, aber den Menschen natürlich häufig immer wieder den Eindruck gibt, wir werden das schon für euch regeln und dabei doch sehr stark auf technologische Innovationen setzt. Und da sagen wir als Rat für nachhaltige Entwicklung ganz klar, es wird nicht reichen, dass die Politik es richten wird, sondern wir brauchen Beteiligung der Menschen. Wir müssen sie aktivieren. Man muss auch nochmal den Mut haben, über Visionen oder Utopien eines nachhaltigen Lebens über unsere Generation hinaus, für die zukünftigen Generationen zu denken. Dass ich mich auf dem Weg mache, Veränderungen voranzutreiben für eine gesunde Umwelt, für ein besseres Leben. Das ist doch das, was Menschen eigentlich antreiben soll, positiv zu gestalten und nicht, wie das Garninchen vor der Schlange hofft, der Kelch wird hoffentlich an mir vorübergehen. Nein, er wird nicht an den Menschen vorübergehen. Das müssen wir den Menschen auch klar sagen. Es wird anstrengend, aber wenn wir es fair machen und wenn wir uns beteiligen, dann haben wir Chancen. Wir halten nichts von den Verzichtsdebatten, die die Menschen nur verunsichern, sondern Verzicht kann doch im positiven Sinne auch immer wieder Gewinn sein. Und diesen Gewinn, den muss ich spüren, den muss ich erleben, dass es ein Gewinn ist, wenn ich nicht 50 Kilometer von meinem Wohnort zur Arbeit fahren muss, im Zweifelsfall im Stau stehe, oder ob ich in der gleichen Zeit ein attraktives Angebot habe, das ÖPNV, wo ich entspannt zur Arbeit komme. Das setzt aber voraus, dass Busse und Bahnen auch dann fahren, wenn der Schichtwechsel ist im Betrieb, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zur Arbeit kommen. Dafür gibt es viele praktische Beispiele, wo die Akteure vor Ort das Problem erkannt haben, Lösungen gefunden haben. Und diese guten, praktischen Beispiele, die sollten wir viel stärker mit in den Blick nehmen und auch kommunizieren, um den Menschen zu zeigen, ey, es geht. Lasst euch nicht in die Irre führen von vermeintlichen Alternativen, die keine sind. Und lasst uns gemeinsam die Zukunft gestalten und die Demokratie in Deutschland und in Europa festigen, weil die ist erheblich gefährdet. Einmal würde ich gerne noch mal nachhaken, denn viele Menschen sind ja wirklich bereit dazu, sich zu verändern, sind auch überzeugt davon, dass diese Veränderungen Verbesserungen bringen wird für die Umwelt, auch für die Gesundheit. Sie haben Angst davor, dass sich ihre wirtschaftliche Situation dadurch verschlechtern wird. Diese Angst ist nicht gerechtfertigt, würden Sie sagen? Doch, da gibt es viele, viele Beispiele, wo sie absolut gerechtfertigt ist, wo wir Schicksale haben von Menschen, die sind einfach inakzeptabel. Wenn ich einen Arbeitsmarkt habe in Deutschland, wo gut 20 Prozent der Menschen im Niedriglohnsektor gefangen sind, dass da keine positive Veränderungsbereitschaft entsteht, ist doch völlig klar. Wir haben zum Glück den Mindestlohn, aber auch der Mindestlohn erlaubt doch kein selbstverantwortliches Gestalten von nachhaltigen Lebensweisen. Die müssen gucken, dass sie mit ihrem kargen Mindestlohn am Ende des Monats über die Runden kommen. Und die können sich halt nachhaltiges Leben schlicht und ergreifend nicht leisten. Wenn ich diese unsinnige Debatte übers Bürgergeld mir anschaue und dabei ständig ignoriert wird, dass 20 Prozent der Menschen, die Bürgergeld empfangen, berufstätig sind. Das heißt, ihr Lohn ist so karg, dass sie am Ende des Monats zum Amt müssen, um Bürgergeld zu beantragen. Das ist doch nicht nachhaltig. Das bringt doch keine Veränderungsbereitschaft. Oder wenn ich mir anschaue, dass wir 17,5 Prozent der Menschen zwischen 24 und 34 Jahren haben, die über keinen Schulabschluss, keinen Berufsschulabschluss verfügen. Wenn die soziale Selektion unseres Bildungssystems nach wie vor so groß sind, dass meine berufliche Perspektive vom Portemonnaie der Eltern abhängig ist, wenn wir 50.000 junge Menschen jedes Jahr haben, die die Schule ohne Hauptschulabschluss verlassen. Dann kann ich nicht so naiv sein und sagen, das wird alles gut. Das ist ein Gewinnerthema. Nein, da muss ich sagen, hier gibt es Verteilungskonflikte. Und wenn ich die nicht anpacke, dann ist das mit dem Gelingen der Transformation at risk. Das ist dann auch ein Risiko für unsere Demokratie. Und da wir das nicht wollen, muss ich doch auch diese Widersprüche, die Verteilungskonflikte nicht mal ansprechen, sondern ich muss auch Pfade aufzeigen, wie wir es besser machen können. Und dafür sind doch Demokratien da, dass wir es besser machen. Also die Aufgabe wird deutlich größer, je länger man drüber spricht. Es geht nicht nur um die Wirtschaftstransformation, es geht auch um die soziale Transformation. Am Ende hängt dann alles irgendwie miteinander zusammen. Herr Hoffmann, Sie sind Vater. Ihre zwei Kinder sind schon erwachsen. Wenn die beiden jetzt aber erst am Beginn ihrer Ausbildung stünden und Sie würden sie nach ihrer Meinung fragen, was würden Sie ihnen denn sagen? Was ist denn so ein Grundsatz? Oder worauf kommt es denn wirklich so an in den nächsten Jahren und Jahrzehnten im Blick auf unsere Arbeit und Arbeitswelt? Ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, das habe ich den Kindern auch vor 10, 15 Jahren gesagt mit meiner damaligen Frau, die viel zu früh verstorben ist, ihr müsst für euch selber klare Orientierungen, Perspektiven haben. Was wir euch mitgeben können, euch unterstützen können, ist eine anständige Ausbildung, eine halbwegs freiheitliche Erziehung, die Erziehung zur Selbstbefähigung. Und mein Sohn wollte unbedingt kein Abitur machen, weil er absolut die Schnorze voll hatte und sagte, du Papa, besorg mir doch mal einen Praktikumsplatz. Du hast doch da Kontakte. Und ich sage, das mache ich nicht. Also du kannst die Schule abbrechen, ist okay. Gibt es aber nur eine Alternative. Du machst eine berufliche Ausbildung. Entweder Abitur oder eine Berufsausbildung. Ja, es gibt ja keine Ausbildungsplätze. Wir haben einen Ausbildungsplatz gefunden. Er hat eine Lehre gemacht und kein Abitur und hat den später nochmal studiert. Aber das ist so ein Beispiel, wo man dann auch akzeptieren muss. Also wenn es gerade eine Phase gibt, wo Menschen aus welchen Gründen auch immer sagen, ich bin da jetzt nicht mehr zufrieden, aber ihnen immer wieder die Möglichkeiten gibt, eine zweite und eine dritte Chance zu haben. Deshalb ist Bildung so wichtig. Und deshalb würde ich, auch wenn die Kinder heute an der Altersschwelle wären, sich für einen Beruf zu entscheiden, immer sagen, also guckt, dass ihr eine gute Grundbildung, eine breite Qualifikation habt. Und ihr dürft auch gerne mal danach schauen, was möchtet ihr denn gerne machen? Also nicht nur sozusagen aus Verwertungsperspektiven, der Beschäftigungsfähigkeit möglichst rasch viel Geld zu verdienen, wäre nicht die Orientierung, sondern macht doch was, wo ihr euch mit identifizieren könnt und wo ihr auch Spaß habt. Und ganz selbstbescheiden, ich glaube, meinen beiden Kindern ist das auch gelungen. Die Tochter arbeitet nach wie vor in der Flüchtlingshilfe mit großem Engagement. Mein Sohn ist im Bereich Social Media und Kommunikationsdesign unterwegs, macht auch ganz tolle Sachen, auch im Bereich Klimaschutz. Und diese Empfehlung würde ich Ihnen immer wieder geben. Nehmt die Dinge in die eigene Hand und wir versuchen euch so gut wie möglich auf dem Weg dahin zu unterstützen. Herr Hoffmann, haben Sie ganz herzlichen Dank. Rainer Hoffmann war das. Und wie sieht es bei euch aus? Was denkt ihr, wird sich euer Job in den nächsten Jahren stark verändern? Macht mit bei der Spotify-Umfrage oder schreibt mir an gradmesser-at-tagesspiegel.de. Ich freue mich, von euch zu lesen. Ja, und das war es für dieses Mal mit dem Gratmesser. Das nächste Mal rede ich mit dem Programmdirektor des Club of Rome, Till Kellerhoff, darüber, warum und wie Reiche seiner Meinung nach mehr für den Klimawandel bezahlen sollten. Die Folge erscheint am 24. Mai. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Bis dahin, alles Gute. Mein Name ist Ruth Ziesinger. Bis zum nächsten Mal. Hallo, ich bin Lorenz Marold, Chefredakteur beim Tagesspiegel. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, testen Sie doch gerne auch mal unser E-Paper oder unser Digital-Abo mit allen Inhalten von tagesspiegel.de. Wir sind rund um die Uhr für Sie da, damit Sie wissen, was wirklich wichtig ist. In Berlin, in Deutschland und international. Sie können unser Angebot jetzt gratis testen unter tagesspiegel.de slash probieren. Der Tagesspiegel aus der Welt, aus der Weltstadt.